Musik Mitten im grünen Bal steht ein ganz besonderes Hotel. Das Landhotel Alte Töpferei. Hinter der weißen Fassade verbirgt sich nicht nur eine besondere Vergangenheit, sondern auch ausgefallenes Interieur. Selbst im Garten findet man liebevolle Details, die zum Wohlfühlen einladen. Das ist natürlich kein Zufall. Dahinter steckt ein durchdachtes Designkonzept. Ich habe gedacht, modern mag ich natürlich, aber ich mag auch das Alte, das Traditionelle. Und das wollte ich einfach vereinheitlichen und nicht alles abreißen, neu, sondern wirklich auch verbinden, Dinge verbinden. Evolution heißt, sich weiterentwickeln, aber nicht alles Alte über den Haufen werfen. Christine Schwarz hat dafür niemand Externen engagiert, sondern lieber alles selbst in die Hand genommen. Denn so bleibt die persönliche Note erhalten. Der Name ist hier Programm. Aussparungen in den Wänden erinnern an die einstige Töpferei. Ein Vermächtnis mit Charakter. Nicht nur die Optik ist wohl überlegt. Der Standort ist ebenfalls nicht zufällig gewählt. Das ist, finde ich, meines Erachtens eine sehr, sehr schöne, sehr interessante Lage. Wir befinden uns an der Route der Industriekultur, die von Fahrradfahrern oder für Fahrradfahrer sehr beliebt ist. Ja, natürlich auch für Messebesucher, weil das Hotel, man meint, man ist hier ländlich, aber es liegt sehr nahe an Düsseldorf, dadurch auch für das Düsseldorfer Messegelände sehr gut zu erreichen. Und ja, gerade nach einem Messebesuch, dann in einem schönen Ambiente sich nochmal wirklich wohlzufühlen, den Tag Revue passieren zu lassen. Das sind jede Menge Gründe, mal vorbeizuschauen und die Seele baumeln zu lassen. Im Landhotel Alte Töpferei in Bahl. Im Landhotel Alte Töpferei in Bahl.